Mitten in Kiel, am Dreiecksplatz 7, befindet sich die Kanzlei von Rechtsanwalt Wolfgang Freese, ihrem kompetenten Ansprechpartner für alle Rechtsfragen. Als Fachanwalt liegen seine Schwerpunkte im Arbeitsrecht und im Verkehrsrecht. Als Ihr Anwalt berate ich Sie hinsichtlich Ihrer Probleme umfassend und setze Ihre Ansprüche und Interessen dann auch energisch durch. Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten kann ich dabei weltweit auf ein Netzwerk kompetenter Kooperationspartner zurückgreifen. Denn vor allem auf Rechtsstreitigkeiten nach Unfällen im Ausland hat sich Rechtsanwalt Freese seit 1985 spezialisiert. Ganz gleich, ob Ihr Gegner im europäischen Ausland sitzt oder auch in Australien, Afrika oder Amerika. Rechtsanwalt Wolfgang Freese aus Kiel setzt Ihre berechtigten Ansprüche weltweit durch. Aber auch im deutschen Verkehrsrecht kennt sich der Jurist bestens aus und vertritt Sie vor allen Gerichten. Gleiches gilt für die Durchsetzung Ihrer arbeitsrechtlichen Interessen. Wolfgang Freese, Ihr Anwalt in Kiel.